hallo und willkommen zu meinem neuen video auf meinem kanal ich habe hier zum auspacken den wollte ich mir jetzt unbedingt mal anschauen da habe ich mir immer vorgeschoben immer einen film von dario aganto dance of demons in einer kleinen hardbox full uncut version von xt video dvd die habe ich mir mal vor längerer zeit nahe besorgt in der ungekürzten fassung hier könnt ihr mal lesen und was es geht in dem film der dämonen klassiker aus italien von lamberto dava präsentiert von dario agento zum ersten mal in seiner weltweit längsten fassung mit bester bildqualität da bin ich ja mal gespannt wieder ist endlich mal geöffnet dann wird das hinter mir habe und die habe ich immer von mir her geschoben wollte ich immer mal gucken endlich ausgepackt das teil diesen film den gibt es auch in media books in aber dann auch in der blu-ray fassung aber die 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 media books die warme ist zu teuer die kosten auch so 50 60 euro habe ich mal gesehen und das ist mir das so teuer habe ich mir doch diese geholt und da haben wir die kleinen hardbox von den drinnen dance of the demon mit diesem mit dieser dvd ich glaube das ist auch ein anders cover von einer anderen media book auch cool aus ok nun habe ich das auf jetzt kann ich endlich gucken ok leute ich wünsche euch noch einen schönen dritten advent ihr könnt meinen kanal gerne abonnieren wer es noch nicht getan hat um kein weiteres video zu verpassen dann bis zum nächsten mal ciao ciao